Ich lebe in Deutschland, weil ich in Deutschland geboren bin. Ich bin halt in Deutschland geboren und es ist halt meine Heimat. Ich bin hier geboren, also meine Familie kam aus Kasachstan. Meine Eltern wurden hier in Deutschland geboren, also wurde ich ja auch in Deutschland geboren und deswegen lebe ich in Deutschland. Ich hatte Angst davor, dass ich halt nach Polen gehen muss, die Sprache ja nicht verstehe, meine beste Freundin nie wieder sehen könnte. Ich habe ein paar Probleme, kannst du mir dabei helfen? Ich muss aber für dich behalten, es ist ein Geheimnis. Hä, wo ist sie hin? Für mich würde es bedeuten, dass ich dann halt wieder nach Italien zurückkomme, in ein Land, wo ich mich nicht auskenne, die Sprache nicht beherrsche und eh alle sagen würden, ja, da ist eine Deutsche. Ich habe Angst, dass ich meine Freunde verliere und dass ich halt die Sprache nicht so richtig sprechen kann, weil ich dann halt nach Kasachstan hingebracht werde, zu sagen. Kannst du mir aufhelfen? Ich weiß es nicht, aber ich und meine Eltern wissen es nicht so ganz. Also meine Ureoma ist ja, soll von Polen kommen. So was haben wir hier. Larven, Quallcrappen, hä, ich check gar nichts mehr. Hey, 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 alles okay. Guck mal, ich zeige dir das. Du weißt ja, dass die frische Eier legen, oder? So, dann schlüpfen die Eier. Ich hätte Angst, dass andere Leute, zum Beispiel vielleicht Freunde, Verwandte von hier verschwinden würden und ich sie nie wieder sehen könnte. Und dann wären halt nicht mehr so viele Leute da, zu sagen Personalmangel. Es wäre einfach alles nicht mehr so, wie es heute ist. Danke, dass du mir hilfst. Allein hätte ich die nicht weggekriegt. Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das wäre doof. Die Leute würden fehlen auf Arbeit, in Fabriken, in der Schule, in Kitas und Allgemeinheit. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die Leute, die in Deutschland leben wollen, auch hier leben können. Ich würde mir wünschen, dass jeder in Deutschland leben kann und frei sein darf, wie er will. Weil es schon blöd ist, in seinem Land, wo man herkommt, zu leben, weil da zum Beispiel Krieg ist oder ein Krieg ausgebrochen ist. Ich wünsche mir, dass die Welt mehr in Frieden lebt und dass keinen Krieg mehr gibt. Oh nein, wie soll es jetzt nur einen Test bestehen? Hm. Hä, wo warst du? Egal. Okay, ja, ja. Lass uns zusammenhalten!